hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier im pkw vorstellen der marke er hat 20 b wie wir sehen was die 10.000 euro oder anschaffung und ja immer sehen hier 510 leasing das modell hat hier so keine optionen dass wir hier ändern können 90 mh ist er schnell 40 liter tank und wir haben ja 52 besser entsprechend hier 38 kw und 20 euro unterhalt am tag ja das gute stück hier hat hier funktionen dass wir ja sehen wir können hier also wo drauf öffnen dass wir hier den schicken motor hier die batterie wenn es da gehen auf hinten leider sind die fenster wie man sehen die textur daher in falschen transform gruppe zugeteilt warum geht auch auf beifahrer tür und hinten auch als bei hinteren türen bleiben hier die fenster leider hier so optisch dastehen schade irgendwie ja wenn wir mal einsteigen sehen wir das ganze mal hier so von innen her und wir können jetzt hier mit beiden maustasten einmal hier die motorhaube auf oder zu machen und natürlich mit der gleichen hier die heckklappe mit der linken tür kommen die rechte zu machen und die maus zurückziehen und dann auch mit der rechten maus die rechte für hinten und dann genauso das war es da so her von funktionen da und her so eine sache für sich wo wir haben auch eine hängekupplung ist anscheinend hat wenn wir auch gleich dann festen wir waren als erstes mal hier auf unserer hebebühne ein bisschen so die sound datei vielleicht nacken mal aussteigen immer gleich noch hier in den shop rein inzwischen wenn die lebebühne nach oben fährt besorgen uns hier einfach mal einen hänger um hier den detacher natürlich hier zum testen anstrengen hier coole sache ja also fahrwerk wesentlich wurde hier komplett alles gemacht außer natürlich hier die lunch vorne hinten haben wir schon das ganze aber halt blöd ist halt diese schlaufe hier das knacken von der sound datei ab wie sehen wir hier spiegelt sich sonst irgendwas natürlich drin über weil ich sonst kann man soll ja schnell sein reifenspuren macht aber wir machen jetzt natürlich so einmal schalten linker funktioniert dann aber mal hier mit nummer 5,6 gehen wir mal in die innenseite mal rein einmal f jetzt auch hier ist auch alles alles animiert linker und rolllampelle leider gibt es hier keine auch wenn wir jetzt hier mit den lichter schalten denkrad finde ich sieht cool aus den spiegel sehen wir jetzt hier keine von außen den spiegel hier ist vorhanden mit funktion egal leider hier nicht animiert wir machen jetzt hier unseren detacher test mal so sehen wir hier jetzt funktioniert es gibt es jetzt immer hier sehen dynamische schläuche hier leider keine vorhanden so jetzt schlossen wir nochmal zurück fahren wir jetzt gleich wieder unseren kündigkeitstest da sind jetzt relativ einige masken gefahren 70 am arm so jetzt kommen wir drauf ich bin mal gespannt wie schmutzig er wird 82 schon raus tut er 88 ja also 88 km hat der maximalgeschwindigkeit 89 hände am lenkrad ja das thema hat man ja schon oft also ist nicht so schön platziert worden von außen finde ich sieht er ja ganz cool natürlich aus muss man dazu auch sagen man sieht ein bisschen so die falten so her ich vermute mal vielleicht ein sketchup modell oder das cinema so her man sieht jetzt hier an der seite her das trifft auch gut gemacht also so her ist es ein echt netter pkw wir schauen uns jetzt einfach hier mal die lok an das sind wir jetzt hier ja die lok hier ist hier fehlerfrei ich hoffe euch hat natürlich hier das video gefallen wenn ja schaut wieder rein lasst einen daumen oben da würde ich mich freuen mit euch dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer franz tschau